So, ja, äh, die fällt noch was. Huch, was war, was war jetzt? Ach, jetzt hat der Baum mich beim Wachsen erschlagen. Ja. Er ist gerade in mich reingewachsen, hat mich zur Seite gedrängt noch. Geil. Ich überlege jetzt, was ich machen kann. Den Hafen, oder? Wie, für die Red Zone trugen? Ach so, ach, den Hafen. Den Hafen. Ach so. So, weg, Skelett. Ach, ich schieße jetzt mehr. Ich bin da auch noch tot. Ach, das stimmt wieder so. So, endlich das scheiß Ding hier weg. Alter, jetzt schießt er mich. Ich versuche an Ufer zu schwimmen und da schießt er mich die ganze Zeit zurück. Oh, ich ziehe mal den Helm aus, weil das ist wertvoll. Ich will nicht, dass er schnell zurückgeht. Na, komm. Alter. Danke. Kein Ding. Also, ich habe jetzt hier die Hälfte von der Lebensleistung weggenommen. Mach mal Außenansicht. Außen? Oh. Oh. Ja, das sieht sehr geil aus. Ja, das ist mal... Ja, das ist viel. So, hier noch so ein Zimbi. Die Zimbis, ne? Ja. Das war auch schon geil. Neurodorgen. Ja, ja. Einige Fehler, ne? Wir werden immer mehr. Das ist aber so, ne? Ja. Und du kannst nicht mehr aufhören zu zählen. Mein Ziel ist ans Ende der Tag. Jo. So. Ähm, jetzt muss ich mal gucken. Also, wie ich hier gerade übelst die Leben verliere die ganze Zeit. Eins, zwei, eins, zwei, eins. So, hier wieder ein Ei. Ah, ich bin hier ins andere Fenster gewechselt aus Versehen. Weil ich Spinnenauge wegwerfen wollte. So, jetzt haben wir zwei Hühner. Das ist cool, ja. Dann gehen wir zur Erde rein. Doch, es geht auf. Aber man könnte das auch... Ach, machst du mit Slaps? Hm. Man könnte das auch, äh... Dass dann hier immer alle zwei... Also, dass dann immer zwei, äh... Wasser und daneben dann ein Holz... Dass man dann wirklich hier die Boote rein tut, jeweils. Ja, ja. Doch, machen wir das so. Na. Weil eins ist zu eng, da passt das, glaube ich, gerade so rein, das Boot. Hm. Ich könnte ja schon mal ein paar craften. Jo, mach das. Hatten wir nicht schon welche? Ich guck mal. Äh, hier ist... Nichts hier oben. Wir haben alles durcheinander. Hier Pferderüstung. Da noch eine. Jo. Hä? Da ist auch noch eine. Alter. So, die kommen jetzt mal alle hierher. Eisen, Gold, Eisen, Gold. Gut. Netter Quark. So, ich komm' wieder an die Oberfläche. So, dann hier ist... Ach, ich... Auch warm doppelt in der Kiste. Setzlich. So, da hätten wir das, ja? So, mit O. Weißt du, von wem das ist, ne? Hm. Ach, ja. So, oder so, mit Ö. Ja. Oh, wir haben keine Dias mehr für den Power-Tisch. Dann, warte, mach ich hier den Hafen noch so gut wie fertig. Ich dachte eigentlich, wir hätten mehr Dias. Ne, ne, wir hatten ganz wenig nur. Aber ein, zwei hätten es schon noch sein können. Ja, die hätte ich mir auch gewünscht. Noch zwei mehr. Gut, der Hafen ist doch anders geworden, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Mhm. Aber egal, weiß ja keiner. Ja, ich besser eh nicht. Ja. Ja. Na gut, es hat irgendwo mal neben dem Hafen, äh, vielleicht angedockt, äh, angelegt, wenn wir schon beim Hafen sind. Mhm. Ähm, na ja, äh, es sieht komisch aus, aber... Na, ich guck's mir dann mal an. So, was hab ich denn hier von Gänge getragen? Ja, so ungefähr geht das schon. Du könntest ja noch so Zäune auf dieser, ähm... Ja, hausen, ne? Ja, hausen, ne? Na? Äh... Zäune haben wir eh noch genügend, ne? Hm? Siebzehn Stück, gut, das sollte reichen. So, dann, ah, hier wird er passen. Da könnten noch Diamanten sein, aber ich bezweifle jetzt eigentlich. Ja. Und ich hätt schon mal mehr Spitzhacken machen müssen. Ach, vergett ich immer. So, na, jetzt gibt's mir ja nichts zu erzählen, irgendwie, im Moment. Ne, 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 äh, bei mir wär fast jemand reingekommen und deswegen war ich jetzt grad mal still. Hm? Ich muss dich ganz leise wieder rausscheuchen, dass die Aufnahme nicht gestört wird. Ah, ja, das kenn ich auch. Ja, okay. Hab ich öfter im Fingerpray, letztes Jahr. Ach so, hm. Ja, ja. Ist aber nichts zu ändern, ne? Hm. Oh, oh, oh. Hier, ich hab'n Schluch gefunden. Ja. Oh, ich weiß gar nicht, wo du bist. Äh, na, da, steil hin. Haben wir noch irgendwo Eisen? Ich guck' gerade. Eisen müssen wir noch haben. Ach ja, hier fünf Stück. Nicht die Welt, aber immerhin etwas. Hm. Äh, machen wir hier vorne ne Koppelkiste. Ähm, und hier die Kiste machen wir einfach mal so'n bisschen... Hier ist offensichtlich ne Spinne an der Lava verbrannt. Äh, auch nicht schlecht. Hm. Hm. Ja, die haben halt noch so'ne schlechte KI mit der N7. Hm. Was wird dann alles geändert? Hier gedroppt ist. Hier gedroppt ist. Da hab ich nur Gold, äh, überlegen. Ich dachte mal, dass ein Hefezerber, da stand ja auch gedroppt ist in meiner Kiste, gehen. Na, genau. Einen Zaun hab ich noch übrig und ein Zaun-Tor. Shit. Diese Creeper immer. Na, alter, wie viele schon wieder? Äh, alter. Soll ich dir, äh... Alle von oben? Oh ne, ich find' die gar nicht mehr Spitzhacken mitbringen. Alle gehen zu hoch, ey. Alle noch mal auf. Vor allem, er setzt immer ne Fackel, dann kommt einer, sprengt den wieder weg, dann sagt er so. Hm. Das nervt richtig. So, so, so. Ich komm' jetzt drunter. Ähm. Ach so, du warst hier, ja. Hm. Huch. Ähm, wo bist denn dann langgegangen? Hast den Weg weiter gegraben, ja, ne? Ich habe... Ähm... Diesen mittleren Gang da, wo... Ich weiß nicht, wo du bist. Hm. Ich guck mal, ob ich dich finde. Ja? Ne, ich hab' deinen Namensteck da hinten gesehen. Ach so. Hm. Habe ich das leben lassen, hier? Alter, von überall kommen die Viecher. Den mittleren Gang, ja? Hm. Oder bist du in die Schlucht gegangen? Hm. Na, du hast ja über den mittleren Gang und dann, äh, hab ich mich in die Schlucht gegraben. Hm. Ach so, okay. Ja. Ich sammle noch mal ein paar XP. Hm. Ich bin jetzt schon level... Oh, ne Bitch. Scheiße. Oh, ne Bitch. Scheiße. Na, ja. Ja. Ich hab' mich vergiftet. Ja, das machen sie so, ne? Naja. Das ist nun mal bei dir. Das hab' ich sogar noch nen einfachen Weg in die Schlucht gefunden. Oh, Scheiße. Ich bin... Alter, ich bin fast tot. Was fehlt dir? Herzen. Äh... Ja, das ist ja klar. Äh, ne, ich wurde vergiftet und bin jetzt auf einen halben Top runter. Ach so, okay. So, jetzt ist es vorbei. Jetzt darfst du langsam wieder bergauf gehen. Ähm, in der Schlucht bist du nach hinten gegangen, ja. Hm. Ach, ich seh dich davor. Ach, jetzt, äh, da bist du ja. Das ist ein Skelett runtergefallen. Warst du schon in der anderen Richtung? Ach ne, das backt da nur so. Ja, ich war schon, äh, an beiden Enden der Schlucht, aber oben dann nicht, deswegen... Oh, und da die Viecher die ganze Zeit noch. Ach so. Okay. Oh, ach so. Uh, 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 uh. Ich wär' jetzt fast in die Lava geflogen. Auch wenn's vielleicht nicht danach aussah. Egal, ähm... Oh, Pilze wachsen hier. Kann ich mir dann Pilzsuppen machen. Ich nehm' noch ein bisschen Kohle mit. Kohle ist bei uns auch so Mangelware, ne? Mhm. Da wär' aber cool, äh, cool wenn man dann die, äh, mit der Dingelspitzhacke abbauen wird. Und die Glücksspitzhacke. Haben wir eine, ne, ja? Ne, da haben wir noch keinen Verzauberungsfisch. Mhm. Aber Glück kriegt man auch relativ selten, ne? Ja. Hab' ich so das Gefühl. Meistens kriegt man dann auch nur Glück zwei. Mhm. Aber das reicht eigentlich auch schon völlig. Mhm. Oh, da ist ein Enderman. Er hat mich gesehen. Scheiße. Glaub ich. Ich stell' mich einfach ins Wasser, da kommt er nicht. Mhm. Er hat sich in die Lava teleportiert. Die hat grad gebrannt. Äh, machst du jetzt wieder ne Mine, ja? Nee. Ja? Ganz Volunteers nein, nicht. Tag까지 läuft. Aber das wird besser nicht getan. Hmm, gan 10 drove? Ja? Det ist jetzt nicht. Ja? 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 Untertitelung des ZDF, 2020